Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass Test Drive einen schlechten Start hatte. Wir haben jetzt schon einige Videos zu dem Spiel gemacht und es hat einige schwere Problemzonen. Und ja, natürlich reicht das nicht. Wir haben ja zum Beispiel die KI, die problematisch stark ist. Wir haben den Grind, der einfach zu krass ist. Wir haben diese Always Online Kacke mit den Servern, die nervt. Wir haben Always PvP, was viele nervt, weil einfach immer nur gegeneinander, gegeneinander. Da gibt es kein Miteinander in dem Spielgefühl, außer man cruist durch die Gegend. Und ja, einiges auf jeden Fall. Und ja, obendrauf kommen mittlerweile halt auch Cheater. Ja, wer hätte es gedacht. Natürlich auch in Test Drive sind Cheater unterwegs in einem Always Online Game. Das ist ja auch heutzutage normal. Irgendwie wird in jedem Spiel gecheatet, weil viele auch einfach nicht mehr in der Lage sind, ein Spiel normal zu spielen. Habe ich das Gefühl, bei manchen zumindest. Und das trägt das Spiel jetzt scheinbar endgültig zu Grabe. Denn natürlich ist es nochmal nervig, wenn du dann da irgendwelche Rekorde vielleicht fährst. Wenn du vielleicht einer von denen bist, die halt wirklich Wert auflegen, ein bisschen auf Zeit zu fahren, ein bisschen reinschwitzen und so. Und dann kommt da einfach einer um die Ecke und cheatet da mal ganz elegant rum. Ich habe hier ein bisschen Videomaterial von so einem Experten gesnackt, der da wahrscheinlich ganz stolz drauf ist, dass er da am Rumcheaten ist. Und ja, selbst ein GTA, wo jetzt Anti-Cheat reinkam, ein relativ teures Anti-Cheat, ne. Und selbst da gibt es wieder Cheater oder noch Cheater. Selbst die dicksten Anti-Cheats werden dann nicht immer mit den Cheatern fertig. Aber gut, GTA ist auf einem anderen Level, was das angeht. Und ja, die haben ja mit einem Anti-Cheat rumprobiert da bei Test Drive während der letzten Serverwartung. Ob das jetzt am Ende wirklich neu ins Spiel kommt und ob es was bringt, ist eine andere Frage. Aber ja, wir gucken uns mal ein paar Sachen an, was die denn da so treiben, die Cheater. Hier haben wir einen Cheat, den man ja fast noch nachvollziehen kann und zwar Freeze AI. Ja, man friert einfach diese übernervige KI ein und kann dann ganz in Ruhe sein Renn fahren. Und ja gut, das ist ja fast schon nachvollziehbar, weil die KI ist ja wirklich übertrieben nervig, ne. Aber ja gut. Und hier haben wir einen Cheat, der zum Beispiel die Kollision reduziert, wodurch man dann halt nicht so stark ausgebremst wird. Ist in dem Spiel natürlich auch ziemlich OP, weil die einen ja echt hart ausbremsen, die Zäune und so weiter. Wenn man dann die Kurven enger nimmt und so weiter, da kommt man da halt schneller durch. Hier haben wir einen Cheat, der die Zeit manipuliert. Entschuldigt bitte auch die Auflösung. Der Typ kann sich halt Cheatprogramm und alles leisten, aber für eine richtige Aufnahme ist eine Kartoffel halt nicht imstande. Ja, damit kannst du die Zeit manipulieren. Er kann Zeit hinzufügen, er kann Zeit entfernen und so kommen halt diese lächerlichen Zeiten auf den Leaderboards zustande. Und ja, dass sowas überhaupt geht, ist halt wirklich, ne, warum man das macht, keine Ahnung. Man exposed sich ja damit auch instant selber. Also das ist halt das größte Versagertum, was es überhaupt gibt. Diese Zeiten cheaten, das bringt halt nichts, außer dass man irgendeine Rangliste steht, auf die sowieso mittlerweile überall gepfiffen ist. Ich meine, in einem Horizon kannst du da nichts mehr zu sagen, in der Crew kannst du, du kannst einfach Ranglisten in der Regel vergessen online, weil du nie weißt, sind die Zeiten gecheatet, sogar Zeiten, die legend sind, sind mittlerweile in Gefahr, weil der Dude braucht die Zeit ja nur so lange laufen lassen, dass er nur ein oder zwei Sekunden schneller ist als der Weltrekord und schon denken alle, boah, der ist ja krass. Ja, hab ich euch einen Tipp gegeben, ne? Aber deswegen, ich persönlich achte deswegen schon lange nicht mehr auf Ranglisten und ja, ist halt absolut lächerlich. Ja, hier haben wir einen Cheat, der ja fast schon cool ist. Im Grunde ist es wie das Oldschool-Testrive und zwar kann der Dude sich hin teleportieren, wo er will. Er muss halt nur ein paar Knöpfe drücken. Man sieht jetzt halt sein Menü nicht, aber ja, auf easy peasy, ein paar Clips hier und da und schon ist er auf einmal vor Ort. Ja, das ist nice, das können die eigentlich auch mal im Main-Game einbauen, dass man sich überall hin teleportieren kann, wo man die Straßen schon freigefahren hat. Wie man sieht, ist es ja anscheinend möglich für einen Modder, also müsste es für die Entwickler auch easy implementierbar sein. Da gibt es zum Beispiel dann noch den Game-Speed-Cheat, der macht das Spiel halt schneller. Man sieht es ja, muss man nicht groß erklären, ist selbsterklärend. Und natürlich gibt es ja auch noch daneben bei kleinere Cheats wie, ja, Geld oder EP und, und, und. Also, ja, halt typisch Cheat, man kennt es ja eigentlich. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt gang und gäbe. Ich, ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch in anderen Spielen so. Das ist in einem Forza Horizon so, das ist in einem The Crew so. Ne, vor allem auf PC halt ist das schlimm und sobald Crossplay mit ins Spiel kommt, hat man es halt dann auch auf Konsolen. Ähm, und ja, verstehen wird man das sowieso nicht. Ich meine, das sind halt meistens Leute, die halt nichts können. Ne, da muss man einfach mal Real Talk machen. Das sind meistens Leute, die wirklich selbstständig nichts gerallert kriegen in solchen Spielen. Die müssen dann auf solche Mittel zurückgreifen, damit sie sich irgendwie besonders fühlen können, weil sie halt nicht mal schaffen, eine Kurve zu fahren, ohne dabei ein ganzes Haus einstürzen zu lassen oder so. Und, ähm, ja, das stört natürlich viele Spieler bei einem Spiel, wo sowieso schon der Segen schief hängt, ist das natürlich jetzt nochmal ein zusätzlicher Grund für viele zu sagen, ja, nee, dann egal, dann bin ich raus aus der Sache. Und, äh, ist halt dann auch nachvollziehbar. So an sich ist es mir eigentlich egal, ob Leute cheaten oder nicht, das müssen die für sich wissen. Aber, ja, in solchen Online-Games ist das halt echt problematisch. Und, ja, auch Scores werden in Zukunft wahrscheinlich manipuliert werden, ne. Weil wir wissen ja, da sollen ja Wettkämpfe kommen und so weiter und so fort. Und das ist halt auch das Problem. Ich glaub, die Entwickler waren einfach super blauäugig und dachten so, ach ja, wir machen das voll competitive hier, das Game. Alles PvP, die Leute sollen sich hier gegenseitig die Köppe einschlagen, ne. Irgendwelche Wettkämpfe. Werde der Solar King. Oh ja, bin ich richtig stolz drauf, wenn ich der Solar King werde. Ja, der Silver Proxy King. Ja, es geht halt meistens immer nur darum, schwitz rein, mach viele Punkte und so weiter. Und wenn dann irgendwelche Cheater um die Ecke kommen und per Knopfdruck einfach auf eins sind, das wird das Spiel auch endgültig ruinieren. Und die Entwickler scheinen da irgendwie sowas überhaupt nicht im Hinterkopf gehabt zu haben. Die haben sich da irgendwas zusammengesponnen mit ihrem ganzen Multiplayer und gemeint, ja, das wird bestimmt einschlagen wie eine Bombe. Ne, so richtig, man hat richtig die Action, die Leute können gegeneinander fahren, die haben spannende Rennen und so. So haben gar nichts, haben die. Also, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, aber die meisten quitten sofort raus, sobald irgendwer in der Lobby ist. Komme ich irgendwo rein, quitten die Leute raus oder bin ich gerade in der Lobby und einer kommt rein, gehen die meistens auch direkt wieder raus oder ich gehe selber sogar raus, weil ich absolut gar keinen Bock habe in Test Drive auf PvP, weil zum einen gibt es eh nur diese Meta-Autos, die da richtig eine Sahne unter der Haube haben. Und, äh, da wird nur gecrashed und so weiter, deswegen spielen die meisten halt auch kein PvP. Und mit Cheatern und so weiter macht das ja erst recht keinen Spaß, ne. Ich meine, wie lange dauert es, bis irgendeiner in der Lage ist, deinen Spielstand zu resetten oder so durch irgendwelche Cheats und so, ne. Das ist ja schon vorgekommen alles und dann ist erst recht die Hölle los. Also, wenn die daran nichts ändern, ist das Spiel wirklich komplett am Ende. Die haben jetzt schon so viele Probleme, die die Spieler verscheucht haben, was ich in irgendeinem Video schon mal erwähnt habe. Ich hatte einfach recht, ich wusste das einfach. War aber auch echt nicht schwer abzusehen, dass das passiert, weil, ja, ich hab's gesagt, mit der KI, das wird viele Leute abschrecken, der Gride wird viele Leute abschrecken, dieses PvP-Only wird viele Leute abschrecken und jetzt noch die Cheater und alles. Also, dieses Game hat wirklich Probleme, die das am Ende wahrscheinlich sogar killen, wenn da jetzt nichts passiert. Da muss einiges passieren, aber da wollte ich dann in Zukunft nochmal irgendwann ein Video zu machen, weil da gibt's ja noch andere Thematiken. Und, ja, wir werden jetzt auch bald mal wieder ein bisschen zur Norm, wie Leute, normalität zurückkämpft. Ich dachte mal wieder ein paar Most Wanted Mods oder so, weil langsam kann ich das alles nicht mehr sehen. Das ist wirklich, ich muss auch einfach sagen, jetzt mal real talk, ich persönlich bin ja eher so pro Test Drive, das wissen ja auch die meisten, auch wenn ich sehr viel Kritik geübt habe. Aber es ist einfach nur noch langweilig mittlerweile. Ich kann halt nichts machen. Also, im Stream, die Zahlen im Stream sind abgestürzt und ich meine nicht nur jetzt, klar, bei mir auch, ne, ist immer normal, dass man zum Release wird, hat. Aber allgemein auf Twitch wird das Spiel kaum noch geschaut. Also, viel, viel weniger. Ein Einbruch von, keine Ahnung, 300, 400 Prozent ist ja auch klar. Die meisten Streamer nehmen halt die Neuerscheinungen immer nur mit, um, ne, die Klicks und so weiter und das Geld zu machen. Soll jetzt nichts heißen, ich will hier keinem was vorwerfen oder so, aber ihr werdet es auch wissen als Zuschauer, ne, ne, ich spiele die Spiele dann aktiv und dann auf einmal packen sie es gar nicht mehr an. Ich meine, ich werde es zwischendurch schon mal wieder anpacken, weil, ne, ich bleibe dabei. Ist ein geiles Game, hat viel Potenzial, aber ja, die Zahlen sehen halt schlecht aus. Also, die Spieler zahlen allgemein täglich, verlieren die 100 bis 200 Spieler, die Peaks werden immer niedriger. Und, ähm, klar, Rennspieler sind so oder so schon eine Nische an sich. Die haben nie viele Spieler, außer du verramschst deinen Spieler aktuell für 1 Euro, wie so Crew. Aber wenn du dir dann im Vergleich den neuen Teil Motorfest anguckst, der hat auch nicht viel bessere Zahlen als ein Test-Royver aktuell. Aber, ja, Test-Roy wird auf jeden Fall noch weiter absteigen und, ähm, das tut natürlich dem Laden nicht gut. Narcon ist halt auch so ein Publisher. Ja, ist jetzt kein EA, aber ganz so weit weg von EA scheinbar auch nicht, was man da so hört, ne. Und, ähm, das sieht schlecht aus im Moment. Man kann nur hoffen, dass sie da wirklich, äh, das mit dem Offline-Modus hinkriegen und so weiter. Auch, äh, ne, diese ganzen Features, die sie angekündigt haben. Aber gut, da steht ja noch ein Video aus von dem Community-Manager oder wer auch immer das da ist, der uns da wieder was erzählen will. Da werden wir dann quasi drauf reacten, denke ich mal. Weil das wird ja schon interessant. Und, äh, gucken wir mal, was er uns da erzählt, wie er sich entschuldigt, was er zu den Servern sagt. Äh, ich bin wirklich gespannt, weil die Frustration war halt auf einem Level, das kann ich kaum noch beschreiben. Also, das letzte Mal habe ich so einen Rage gehabt bei Horizon 5. Da haben ja anfangs die Server auch überhaupt nicht funktioniert. Man konnte Mitspieler kaum sehen oder nicht verbinden, blablabla. Aber du konntest es wenigstens offline dann spielen und grinden, ne. Das ist ja der feine Unterschied. Server-Probleme haben sie wirklich alle. Selbst The Crew hat, äh, eine ganze Weile lang Probleme mit Crossplay und so, ne. Also, kein Entwickler kann sich freisprechen von diesem Problem. Aber, ja, das war halt schon mal ein anderes Level, weil es halt only ein Ding ist, always online hier, ne. Also, immer nur online, online im Grunde. Fast wie The Crew. Da funktioniert ohne Server ja auch nix. Und, ja, da ist Forza natürlich den beiden meilenweit voraus. Aber, gut, das sind auch andere Themen, die jetzt alle zu vergleichen. Aber, ja, schreibt mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Was hat euch vertrieben? Ne, welcher Grund war für euch der, wo ihr gesagt habt, ne, das spiele ich nicht mehr? War es die KI? War es der Grind? Oder war es alles zusammen? Oder waren es jetzt die Cheater, die euch da endgültig den letzten Grund geliefert haben, das Spiel? Äh, vielleicht sogar zu refounden und so weiter. Oder vielleicht spielt ihr das Spiel ja auch noch. Was sagt ihr dann zum Endgame? Also, ich persönlich hab da gar nix mehr groß zu tun. Ich könnte jetzt nur noch Geld farmen, aber, ganz ehrlich, das ist ultra langweilig, weil du halt so wenig Kohle kriegst. Ich hab gestern sechs Stunden gestreamt und da hab ich viereinhalb Millionen gemacht. Das klingt jetzt viel, aber auch nur, weil, ja, einmal eine Million Frim und den Rest hab ich halt durch die Blitzer gemacht, die ich noch gar nicht auf drei Sterne gemacht hatte. Ja, die geben auch gut Geld. Kleiner Tipp an dem am Rande hier. Man sollte, äh, hätte ich da auch nicht so viel Kohle gemacht, also, ne. Ist mir echt so wild der Grind. Aber ja, schreibt es in die Kommentare, ich bin raus an der Stelle. Lasst gerne ein Like, um den Kanal zu supporten. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video, vielen Dank und auf Wiedersehen.